Jeder hat es selbst in der Hand, wie er Dinge gestaltet. Wir bei der BW-Gruppe wollen moderne Klassiker schaffen. Seit 1956 fertigen wir Polstermöbel, auf denen man immer wieder gerne Platz nimmt. In ihrer spürbaren Qualität und ihrem zeitlosen Design. Sitzmöbel sollten vor allem eines sein, bequem, damit man entspannt darauf sitzen kann. Und sie müssen einiges aushalten, damit sie auch lange gut aussehen. Was sie allerdings von der Masse abhebt, ist ihre Form. Wenn diese durch ihre Ästhetik überzeugt, ist der Entwurf wirklich gelungen. Polstermöbel von BW sind keine Massenware, sondern echte Unikate. Diese Exklusivität schätzen unsere Kunden, genau wie die Qualität, die sich bis ins Detail zeigt. Jedes Stück, das unser Haus verlässt, ist made in Germany, damit es unseren hohen Ansprüchen auch wirklich genügt. Die Bielefelder Werkstätten sind eine echte Manufaktur. Damit alles so perfekt wird, wie wir uns das vorstellen, muss jeder einzelne Arbeitsschritt sitzen. Das heißt, dass unsere Möbel wirklich von Hand gemacht werden. Darum arbeiten bei uns nur Leute, die ihr Handwerk von A bis Z beherrschen. Und die vom ersten bis zum letzten Handgriff mit Herzblut bei der Sache sind. Ästhetik, Qualität und Handwerkskunst machen den Charakter unserer Polstermöbel aus. Und natürlich die Leidenschaft, mit der jedes einzelne Stück hergestellt wird. Dafür stehen wir bei BW. Das heißt, wir sind die Leidenschaft, mit der Leidenschaft, mit der Leidenschaft, mit der Leidenschaft, mit der Leidenschaft und der Leidenschaft. Das heißt, wir sind die Leidenschaft, mit der Leidenschaft, mit der Leidenschaft, mit der Leidenschaft, mit der Leidenschaft und der Leidenschaft. Das heißt, wir sind die Leidenschaft, mit der Leidenschaft, mit der Leidenschaft